Musik Hallo, Thomas Eder, mein Name, Musiker vom Beruf. Und ich bin heute eingeladen beim Reinhard Köhler. Wir plaudern ein bisschen über meine musikalische Karriere, auch bei den Sehern, beim Andi Gavallier und auch über mein Privatleben. Schaut sich das an, ich bin sicher, es wird ganz interessant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.